Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute diesen Greifer-Automaten mitgebracht. Und da ich auch Ninja Turtles Fan bin, sind heute mal ganz viele Ninja Turtle Figuren hier in diesem Automat. Und ich bin schon mal gespannt, wen wir hier alles so bekommen werden. Also ich habe schon mal die erste Figur, die ist mir jetzt natürlich aus diesem Automat ja auch halb rausgefallen. Und diese Figur hat eine rote Augenbinde und das heißt, wir haben also Raphael. Genau, Raphael von den Ninja Turtles, gefällt mir mega gut. Ja, was mich mal interessiert, wer von euch hat eigentlich schon mal eine Folge von den Ninja Turtles gesehen? Ich kann mich erinnern, wo ich Kind gewesen bin, da habe ich regelmäßig Ninja Turtles gesehen. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Also falls ihr schon mal eine Folge davon gesehen habt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit gucken wir, wen wir als nächstes haben. Ja, ich glaube, das ist kein Ninja Turtle. Nein, ist es natürlich nicht. Aber es ist trotzdem eine Figur von den Turtles. Das ist, ich denke, der Name ist Shredder, da bin ich mir nicht sicher. Es ist so einer der Feinde der Ninja Turtles. So, weiter geht's. Ja, der nächste Turtle, den wir heute haben, das ist ein Turtle mit einer blauen Augenbinde. Es sieht also nach Leonardo aus. Ja, definitiv Leonardo. Ne, wobei, Quatsch, das ist eine lila Augenbinde, nicht blau. Das ist Donatello. Oh Gott, jetzt habe ich das jetzt auch noch verwechselt. Naja, farbenblind bin ich noch nicht. So, nächster Turtle. Ja. Nächster Turtle hat eine orangene Augenbinde. Und dieser Turtle, das ist Michelangelo. Ziemlich cool. Ja, habt ihr zu Hause eigentlich auch Turtle-Spielzeug? Habt ihr irgendwelche Figuren oder ähnliches von den Ninja Turtles? Dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, was ihr alles so zu Hause von den Turtles habt. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal in diesen Automaten, was wir als nächstes bekommen. Das macht übrigens irre viel Spaß, mit diesem Automaten zu spielen. Ich kann euch das nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, und in dem Fall ist es jetzt wirklich die blaue Augenbinde. Das heißt, wir haben jetzt also Leonardo. So, okay. Gefällt mir auch mega gut. Wir haben noch eine weitere Figur. Diese Figur ist natürlich kein Turtle. Ihr könnt sie ja schon sehen. Sondern es ist wieder eine andere Figur aus den Ninja Turtles. Aber hier muss sie auch wieder passen. Da weiß ich den Namen leider nicht. Ja, wenn ihr mir den Namen dieser Figur nennen könnt, da wäre ich euch sehr dankbar. Also schreibt die mir unten in die Kommentare. Ja, wie hat euch das Video gefallen? Auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht den UI-Kanal zu abonnieren. Wir packen das nächste Mal wieder gemeinsam Spielzeuge und Überraschungseier aus. Bis dahin. Tschüss.